Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und ich hatte in den letzten Wochen die Möglichkeit mit Samyangs 135mm Blende 1.8 für Sonys E-Mount zu spielen. Und was soll ich sagen? Das Objektiv hat es mir so richtig angetan. Wieso ich davon so begeistert bin und was es für mich deutlich besser macht als bisher eigentlich alle anderen Samyang Objektive, die ich getestet habe, das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video, abonniert vielleicht den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und drückt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Intro und Film ab! 135mm war bisher nicht so meine Brennweite, beziehungsweise ich hatte noch nicht ausprobiert, ob es meine Brennweite ist. Es gab zwar ein bisschen Auswahl, aber das war mir zu teuer für diesen kleinen Einsatzzweck. Zum Beispiel Sonys 135mm Blende 1.8 G Master und ein auf E-Mount umgebautes, altes, sackgroßes und schweres Sigma. Und das Sony kostet 1650 Euro und das Sigma auch 1300 Euro. Waren also beide für mich nicht besonders interessant. Aber Ende 2021 hat Samyang dann sein 135mm Blende 1.8 für Sonys E-Mount vorgestellt. Und das macht nicht nur vom Preis her eine richtig gute Figur, aber schauen wir mal kurz auf den Spec-Check. Das Samyang AF135-1.8 FE soll nur 900 Euro kosten. Klar sind 900 Euro immer noch richtig viel Geld, aber es sind eben mal fix auch über 700 Euro weniger als bei Sony und 400 Euro weniger als bei Sigma haben will. Wo ist da also der Haken? Naja, mal sehen, ob wir bis zum Fazit überhaupt einen finden. Auch bei der Größe und dem Gewicht unterbietet das Samyang die anderen beiden. Zwar ist es minimal größer als das Sony, dafür aber mit 772g fast 200g leichter. Das Sigma ist mit 140mm Länge einen ganzen Zentimeter länger als das hier und wiegt mit 1,23kg einen ganzen Batzen mehr. Alle drei Linsen verwenden einen 82mm Filtergewinde, können also einfach mit bestehenden Schraubfiltern genutzt werden. Von der Verarbeitung hier gefällt mir das Samyang sehr gut. Der Tubus scheint aus Kunststoff zu sein. Das hat sicher Gewichtsgründe, sorgt aber bei diesem Objektiv nicht dafür, dass es nicht hochwertig wirkt. Ganz im Gegenteil, durch das ordentliche Gewicht und die ordentliche Oberflächenstruktur wirkt es sehr wertig und angenehm in der Hand. Der Fokusring ist hier sehr groß und ordentlich gummiert und sehr griffig. Und anders als beim zuletzt getesteten 35mm 1.4 hat der einen sehr angenehmen Widerstand beim Drehen. Und anders als beim 24-70mm 2.8 von Samyang, wozu es auch bald ein Video geben wird, ist der Drehradius hier auch nicht allzu groß. Das ist schön. Es gibt hier wieder Schalter am Objektiv. Sogar zwei Stück. Einen Modus 1 und Modus 2 Schalter und einen Fokuslimiter mit drei Positionen. Full 0,7m bis 2m und 1,50m bis unendlich. Ja, und beim Modus Schalter ist es auch wieder so. Der ist standardmäßig so belegt, dass er auf Modus 1 aus dem Fokusring einen Blendenring macht, was sich überhaupt nicht leiden kann und auf Modus 2 gar nichts tut. Noch dazu gibt es hier eine Taste am Objektiv, die ihr euch über den Kamerabody frei belegen könnt. Wer diesen Schalter zu einem Autofokus-Manuellen-Fokusschalter machen will, braucht dafür wieder zwangsweise das Samyang LensDock für so ca. 50 Euro. Das ist etwas nervig, aber Samyang meinte zu mir auf die Nachfrage dazu, dass bei Objektiven, wo da AF-MF dran steht, sie viele Retouren haben, bei denen Kunden sagen, dass der Autofokus nicht funktioniert und nach der Rücksendung sieht man dann, dass es vermutlich nur am Schalter auf der MF-Position lag. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber naja. Das Objektiv hier ist auch gegen Staub und Spritzwasser im Design abgedichtet und das ist ein deutlicher Mehrwert gegenüber dem schon deutlich älteren und teureren Sigma-Gegenstück. Dazu gibt es hinten auch so eine Gummilippe am Bajonett und als Festbrennweite ohne ausfahrenden Tubus sollte das auch deutlich weniger Probleme mit Staub und ähnlichen geben. Optischerseits kommen hier 13 Linsen in 11 Gruppen zum Einsatz. Das ist relativ viel für eine Festbrennweite. Und die Blende besteht aus 11 abgerundeten Blendenlamellen und das sollte auch abgeblendet noch für ein richtig weiches, rundes Bokeh sorgen. Was mir sehr gut gefällt, ist die ordentliche Naheinstellgrenze von 69, nice, Zentimeter. Das ist besser als zum Beispiel beim 85, 1, 4 und lässt so einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 4 zu. Das heißt, man kann auch kleinere Köpfe komplett formatfüllend damit abbilden. Als Autofokus kommt hier ein Linear-STM-Autofokus-Motor zu Einsatz und von dem hört man absolut gar nichts. Das Objektiv ist natürlich ganz klar als Porträtobjektiv gedacht. Ich war da bisher immer ein Freund der 85mm, einfach weil 135mm für mich ein wenig zu viel Abstand zwischen Fotograf und Model bedeutet. Aber schauen wir mal, wie sich so ein Objektiv in der Praxis so schlägt. Und in Sachen Schärfe liefert das Objektiv in der für so eine Brennweite und so einen Einsatzzweck sehr wichtigen Bildmitte richtig gut ab. So gut das Abblenden diesbezüglich kaum irgendwelche Vorteile bringt. Die Bildmitte ist knackscharf, auch bei Blende 1, 8 und bleibt knackscharf und so soll das sein. Am Bildrand sieht es ein bisschen anders aus. Der linke Rand zeigt auch bei diesem Exemplar hier wieder eine etwas stärkere Unschärfe als der rechte Rand. Das bedeutet, das Objektiv ist vermutlich leicht dezentriert, aber hier nur in einem sehr, sehr leichten und akzeptablen Rahmen. Ihr könnt Glück haben und ein besseres erwischen oder Pech haben und die Dezentrierung zeigt sich deutlicher. Insgesamt bleibt das aber ein Problem bei Samyang, ganz klar. Stießt man die Blende aber auf Blende 2, 8 bei diesem Objektiv, dann sieht man von den Schärfeunterschieden an den Rändern nichts mehr. Wenn ihr damit also Landschaftsfotografie machen wollt, angenommen ihr wollt das, dann geht das damit auch vollkommen in Ordnung. Aber ich für meinen Teil will bei so einer Linse vor allem gerne bei Offenblende Porträts fotografieren, um vor allem vom nächsten Punkt zu profitieren. Denn das Samyang 135, 1, 8 kann beim Bouquet absolut überzeugen. Es ist ein richtiges Bouquet-Monster. Ein Traum von einem Objektiv, wenn es um Sachen Freistellung und Bouquet geht. Im Testaufbau sind die Bouquet-Kreise extrem weit am Rand, auch noch sehr rund. Die Kreise sind klar ohne Zwiebelringe und ohne unschöne Kontrastkanten durch starke chromatische Aberrationen. Das Bouquet ist hier soweit tadellos und kann auch in der Praxis absolut überzeugen. Übrigens hier nochmal ein kleines Praxisbeispiel zu meinem EFCS-Video und wie das Bouquet dadurch beeinflusst werden kann. Hier aufgenommen mit einer Sony Alpha 1, die keinen vollmechanischen Shutter hat. Das Bouquet mit EFCS ist deutlich abgeschnitten im Vergleich zum elektronischen Verschluss. Insgesamt ist das Bouquet dieser Linse aber auch in der Praxis bei Porträts überragend schön. Die Freistellung, die man mit 135mm bei Blende 1.8 bekommt, ist beeindruckend und kann mit dem konkurrieren, was man bei einem 85mm 1.2 Objektiv erreichen kann. Nur dass dieses Objektiv hier nur 900 Euro kostet und keine über 2000 Euro oder mehr, wie zum Beispiel für Canons 85mm 1.2. Die Linse hier stellt richtig angenehm weich frei mit tollem Look und richtig genialem 3D-Pop. Wer auf der Suche nach viel Porträtfreistellung für etwas weniger Geld ist, der bekommt hier verdammt viel geboten und auch abgeblendet sieht das richtig ordentlich aus durch diese 11 Lamellen in der Blende. Aber auch bei anderen Kategorien kann das Objektiv überzeugen. In Sachen chromatische Aberrationen lässt es nämlich kaum etwas zu wünschen übrig. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eben eher eine Tele-Brennweite ist und die bei dieser Kategorie es ein bisschen leichter haben als Weitwinkel. Aber weder in der Praxis bei Bildern mit starken Kontrastkanten noch bei der gezielten Suche danach sind Probleme bei den CAS aufgefallen. Gar nichts. Keine einzige leuchtende Kontrastkante habe ich gesehen. Und das ist für ein Samyang-Objektiv was ziemlich Besonderes. Das kenne ich so bisher noch nicht. Aber das ist ja auch Samyangs längstes Autofokus-Objektiv. Aber auch diese kaum nachträglich korrigierbaren longitudinalen chromatischen Aberrationen, die bei Tele-Brennweiten doch häufiger auftreten, die halten sich hier sehr in Grenzen. Die CA-Performance ist fast tadellos gut. Und auch beim Bokeh zeigt sich das, da gibt es keine Kontrastkanten an den Bokehbällen. Und auch bei der Verzeichnung gibt es hier nichts zu meckern und das ist so, wie es für eine Festbrennweite sein sollte. Das Objektiv ist meiner Meinung nach verzeichnungsfrei. Alles wird also so dargestellt, wie es aussehen soll, ohne jegliche krumme Linien. Bei der Vignettierung sieht es etwas anders aus, aber das ist auch nicht besonders schlimm und irgendwo klar. Denn wir sprechen hier ja über 135mm mit Blende 1.8. Und beides spricht für eine natürliche physikalische Vignettierung. Das Objektiv ist aber keine Kleinbauweise und deshalb ist es auch vollkommen in Ordnung in Sachen Vignettierung. Und bei Porträts will man das ja meistens sowieso haben und das ist eher ein Pluspunkt als ein Negativaspekt, weil die Vignettierung auch zur Freistellung und zum 3D-Pop beiträgt. Und auch der nächste Punkt konnte bei Samyang-Objektiven in der Vergangenheit schnell einen Strich durch die Rechnung machen und das ist das Gegenlicht. Oft haben die Samyang-Objektive da mit starken Lensflares zu kämpfen. Hier aber nicht. Es gibt ein paar kleinere Flares, die in Summe aber angenehm bleiben und nicht überhand nehmen. Bei einem sehr bestimmten Winkel zum Licht sieht man so einen kleinen Streifen im Flair, da hilft ja die Streulichtblende. Aber die ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Oder kaum. Also ich habe sie nicht benutzt und ich habe auch dem direkten Licht damit keine starken Probleme gehabt. Und das ist was, was es bei Samyang-Objektiven auch sehr selten gibt. Auch Kontrastabfall bei Lichtquellen im Bild gab es hier nicht. In Sachen Autofokus überzeugt die Linse zwar im Porträteinsatz und liefert in statischen Szenen sehr gute Resultate mit ordentlichem Autofokus. In Bewegung sieht es aber etwas anders aus. Wir hatten da ein bisschen Ausschuss mit dabei. Es ist also nicht unbedingt das Sportobjektiv. 30 Bilder pro Sekunde bekommt man mit diesem Objektiv natürlich nicht aus der Alpha 1 raus. Da gibt es leider nur 10 Bilder pro Sekunde. Vielleicht tut sich im Thema Autofokus aber auch noch was per Firmware-Updates. Denn die letzten drei Samyang-Objektive, die wir an neueren Bodies getestet hatten, haben da allesamt so ihre leichten Problemchen gehabt. Falls ihr darüber nachdenkt, dieses Objektiv für Video einzusetzen, solltet ihr bedenken, dass es ein doch recht starkes Fokus-Briefing hat. Die Brennweite bzw. der Bildwinkel verändert sich beim Fokussieren von nahe zu fern. Dafür ist der Video-Autofokus schön weich und flüssig und dafür definitiv sehr gut zu gebrauchen. Aber kommen wir mal zum Spaß- und Frustfaktor. Die Linse macht bei dem, was sie machen soll, so unfassbar viel Spaß. Und das ist eben das Porträtsfotografieren. Man kann hier unfassbar gut freistellen. Wie vorhin schon gesagt, vergleichbar mit einem 85-1.2 von der puren Freistellung her. Aber eben für deutlich weniger Geld. 900 Euro sind jetzt nicht unbedingt ein Budget-Objektiv-Niveau, aber für so eine Linse doch ziemlich wenig Geld. Gerade wenn man sich die Konkurrenz dazu anschaut. Spaß macht insgesamt auch die gute optische Performance und auch die vielen Faktoren, die man sonst bei Samyang-Objektiven so nicht kennt. Also ganz abgesehen von der guten Schärfe in der Bildmitte gibt es hier halt auch ein mega geiles Bokeh. Gute CA's, kaum Verzeichnung und ordentliche Vignettierungs-Performance. Etwas Frust kommt aber bei mir durch die Serienstreuung auf. Auch wenn man hier wieder sehen kann, dass eben der eine Bildrand etwas unschärfer ist als der andere. Auch wenn es sich hier in Grenzen hält. Und auch der Autofokus könnte in Bewegung deutlich besser und treffsicherer sein. Dann könnte man mit der Linse sicher auch ziemlich coole Sportfotos machen. Gerade durch die Lichtstärke muss man die ISO nicht so hochdrehen wie bei einem 2.8er Zoom. Und 135mm, da kommt man eben auch auf einem Sportfeld oder in einer Halle schon ordentlich nah ans Geschehen ran. Insgesamt bin ich trotzdem sehr überzeugt. Vor allem da das Bokeh und die CA's hier eben im Vergleich zu anderen Samyang-Linsen total überzeugen und das Objektiv auch bei Gegenlicht keine Probleme hat und einen unfassbar geilen Look auf den Porträts produziert. Wenn ihr jetzt denkt, dass das Objektiv auch was für euch wäre, dann findet ihr Links zu dem Objektiv unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt so wiederum dafür, dass wir weiter solche Videos machen können. Und wenn ihr noch Fragen zu der Linse habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare unter das Video oder schaut auf unserem Discord-Server vorbei. Dort wollen wir so eine kleine Community an Gleichgesinnten aufbauen und da sind auch schon, ich glaube, 120 Leute an Bord. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like unter dem Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und drückt auf die Glocke, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Ansonsten gibt es hier neben mir jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt. Ich würde sagen, da empfehle ich euch die letzten beiden Samyang-Objektiv-Reviews und wünsche euch noch viel Spaß auf dem Kanal und sage Tschau bis zum nächsten Mal. Tschau bis zum nächsten Mal. Tschau bis zum nächsten Mal. Tschau bis zum nächsten Mal.